Ja, und da sind wir dann auch schon wieder. Arschloch. Ja, nach dem super geilen Fail von letzter Folge geht's dann in dieser Folge weiter. Direkt mit dem nächsten Fail, mehr oder weniger. Ja, also ich geh mir mal eben wieder ein bisschen was holen. Ne, so lecker. Lecker, lecker Stein und so. Ich, äh, wäsch mich mal eben durch die zwei Bäume, die da stehen auf deiner Farm. Jo, mach das mal. Ah, ne, sind doch ein paar mehr. Egal. Ich brauch Holz. Sie sind gewachsen. Zwar nicht unbedingt groß, aber ja, sie sind gewachsen. Pam, pam, pam. So, dann, ähm, denke ich mal, brauche ich... Hier rum. Äh, ne, 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 was ein Fail, ey. Ätzend. Und der Autumn dachte ja auch, ja, das hat er ja auch, hat er ja nicht gestoppt, das ist, ja. Ich dachte echt im ersten Moment so, ja, er hat wahrscheinlich gestoppt, wenn er erst mal so, ja, ey, hast du das jetzt drauf oder was, ey, mehr Verluste, ich, dö, dö, dö. Ah, komm schon, ich hoffe mal, ein Setzling. So, mein lecker Zaun. Also, ich weiß auch nicht, ich is ja ungern Zaun. Wie, du isst ungern Zaun? Was bist du denn für einer? Der schmeckt, der, 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 der ist so splitterlich, das ist so übernach geworden. So, was sagen die Kartoffeln, sind sie fertig? Nein, noch nicht. Was sagen die Kartoffeln? So, leider Gottes, leider, 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 ähm, muss ich eine zweite Leiter hier einbauen, weil irgendwie funktioniert das nicht mit dem Rundgang, ich müsste dauerhaften Rundgang bauen. Hä? Verstehst du nicht genau das, was ich gemeint hab, aber egal. Wie, hä? Ich hatte das eigentlich anders gemeint, ich hab eigentlich gesagt, um das, was du jetzt hast, machst du oben den Rand ein bisschen breiter, da sagst du irgendwie so, drei Blöcke, und dann baust du halt an einer Wand einen kleinen Gang durch, dementsprechend, wie weit das ist, und baust dann da runter. Ah, ja, okay, okay, kann ich machen. Dann bleibst du bei einer Leiter. Nee, du musst ja irgendwie wieder hochkommen. Ja, ja, klar, nein, äh, ich, ähm, ich erweitere einfach das Raster. Ach, du hast, du hast nicht verstanden, was du gerade gesagt hast, oder? Äh, achso, okay, du interpretierst das jetzt anders als ich. Du hast nicht verstanden, was du gesagt hast. Doch, ich habe schon verstanden, was ich gesagt habe, nur du sitzt das jetzt anders um, als ich es meinte. Wow, 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 fuck! Haha! Oh nein, diese scheiß Leitern und... Ich hätte mich einfach fallen lassen sollen. Unten war ja Wasser. Meine schöne Diamantspielsacke. Hey, wo bist du denn jetzt? Ich sehe dich gar nicht. Egal. Oh, hier habe ich wohl was vergessen. So, ich habe alles wieder gekriegt. Oh, du bist aber flotter drücken gewesen. Ja, runterfallen ist einfach. Die richtige Landung ist was anderes. Ja. Oh Mann. Das gibt es doch gar nicht. Also, dass wir diesen Treppen, äh, also, ich weiß nicht, hm. Also, wenn man einfach nur nach unten will, ist das ja eine schöne Sache, aber... Nach oben ist was anderes. So, lassen wir sehen. Hier war die Mitte. Gibt es davon eigentlich auch eine Mitte? Ja, gut, nein, klar. Bäm. Ja, somit habe ich jetzt gerade auch mehr oder weniger eine Raumaufteilung. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Mehr oder weniger. Wundervoll, ich muss nicht mehr neben dir schlafen. Schrecklich, wa? Ja. Also, nein, eigentlich nicht schrecklich, sondern schön. Mhm. Du schnarchst. Danke. So weit ist es eigentlich gar nicht bis zum Endstein, wenn ich mir das mal echt immer so überlege. Jetzt habe ich vergessen, die Sitzlinge noch wegzumachen. Verdammt, es ist ein Baum auf unserem Haus gewachsen. Haha. Das ist einfach nur schlecht. Ja, kannst du mich mal. Mir fällt gerade ein, man könnte ja mal kurz überlegen, vielleicht könnte man ja mehr oder weniger einen Glasboden bei uns in der Wohnung setzen, der direkt über diesem, ähm, Monsterspawner hängt. Ja, super. Ganz tolle Idee. Und dann haben wir die ganze Zeit irgendwelche Zombies um uns rum. Unter uns. Ja, klar. Die dann lustig vor sich hin. Das ist, nein, das ist nicht sehr angenehm. Ist doch fresh, Alter. Und ich habe schon wieder das ganze Holz aufgebraucht. Das kann doch nicht so schwer sein, dafür mal ein bisschen Bäume zu haben. Scheiß für dich halt, ne? Naja, das ist voll schön. Warte, wir haben doch so viele Sitzlinge. Jetzt werde ich erstmal hier so ein paar Sitzlinge los. Du konntest ja nicht abwarten, bis die Baumfarm vernünftigen Entrag abwirft. Ah, ich wollte schon sagen, hast du gerade alle Sitzlinge mitgenommen? Was? Schwarz-Eichensitzling? Ne, danke. Ich will einfach nur Eichensitzling. Schwarz-Eichensitzling? Das sind, glaube ich, diese Superbäume da, ne? Ja, die haben aber, glaube ich, auch so viel. Ich weiß, es ist eine ganz andere Farbe. Ja, schwarz-Eichensitzling halt, ne? Shit happens. Das ist schon witzig, da du keinen Herzeiter hast, hört man... Man hört mich zwar nicht doppelt, aber man hört mir einen Dunenstein ab aus. Wenn ich es nicht sage, wo da ruhig sitzt. Ach so. Ja, schade. Könnte nervig sein, werden. Mach mal. So, dann lass mal sehen. Ja, vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal mit unserem Haus fertig sind und sowas alles, gehen wir mal in eine andere Welt oder so. Ähm, also in diese Underworld, was auch immer. Ach so, Nether. Nether, ja. Naja, Nether. Dann kann man so einen schönen, locker-flockigen Kamin bei uns im Haus bauen, weil wir dann diesen Stein haben. Ja. Ja. Das wäre eigentlich mal ganz gut. Und so ein Nether-Portal ist ja eigentlich auch schnell gebaut. Man nimmt ein bisschen Lava, bisschen Wasser. Ja, du hast aber auch noch Diamant-Schmutzack gesagt, dass man so oder kann man das auch abbauen. Ja, stimmt, stimmt. So lange ich die noch hab. Jo, ich baue hier gerade erstmal Instance was an und schon, das baut mir einen Baum. Schön. Und der hat auch noch Äste. Wart'n Dreck. Äh, okay. War das nicht eigentlich gut? Ja, ist klar. Dementsprechend mehr Holz. Dementsprechend mehr Holz sind so, ne? Das nenne ich eine Bauchkarte. Oh, ich hasse Erde. Ich hasse Erde. Überall immer Erde. Oh. Eigentlich sollte ich echt nur da unten bei dem Endstein weiterbauen. Ja, ist das so, weil da ist die Chance am höchsten, dass man Diamanten kriegt, oder nicht? Relativ. Also, die Diamanten liegen eigentlich immer so zwischen 7 und 15, wenn ich mich nicht ganz vertue. Also, das ist erstmal so, ist das nicht unbedingt falsch. Da, ähm, Kabelsdorn kann man eigentlich fast immer gebrauchen. So, ich sag's dir, ich hab jetzt mal eine mördermäßige Farm gemacht. Eine Baumfarm, oder was? Ja, aber richtig mördermäßig. Das heißt, auf jeden freien Platz... Ja, in... Naja. Sollte man sich angucken, um es zu verstehen. Nein. Nö. Wiss ich auch. Kann, muss aber nicht. Was haben wir eigentlich noch so? Kohle kommt ein. Oh, ich hab noch... Achso, ja, stimmt, ich hab den Baum abgeholzt. Oh, ich hab wieder Holz. Und so, wo hab ich das denn? So, ja, genau, da war ja... Baum. Baum und so, ne? Ach, ja, ja. Wie gesagt, also, ich hab gerade meinen Spaß mit runterbauen und so. Und werde halt für ein paar Folgen nicht zu sehen sein. Es sei denn, irgendjemand stalkt mich. Äh, äh. Ja. Nicht. Alles klar. So viel zu. Let's play together. Ja. Du kannst mir ja helfen, mit dem Runterbauen hier. Dann wird das mindestens doppelt so schnell gehen. Ja, ich kann mich machen. Wenn ich jetzt irgendwie... Ja, gut, okay, die Bauaufbau muss sowieso erstmal wachsen. Dann bringt der ganze Scheiß auch nichts. Und bis vor Nacht, aber... Bin interessiert, wir sind eh im Berg. Also, ich bin, ja, ziemlich im Berg. Wir sind die Leute unterm Berg, im Berg, was auch immer. Wir sind Zwerge. Da, 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 da. Weißt du, was so schön ist an einer Zwergenfrau? Man kann sich an ihrem Bad so richtig festhalten. Oh, Mann. Gimli. Also, ich baue immer, normalerweise immer einmal um diesen ganzen Dings drum rum, wenn du dann in der Mitte schon mal abbauen könntest. Super. Zack, 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 zack. Und... Wow. Was tust du? Wir müssen doch erst Fackeln setzen. Verdrückter Mongo. Junge. Oh, damit muss ich jetzt vorsichtig sein. Was machst du da eigentlich? Ich mach die Mitte weg. Ja, nein, aber bitte nicht... Hallo? Nee, hör auf, komm. Lass es. Lass es. Lass es. Lass es einfach nicht drauf. Nein, wir kriegen... Oh, Gott. Nein, wir fallen doch runter. Hallo? Ja, und du bist auf Wasser zu lang, wenn du jetzt nicht irgendwie schlauerweise auf diesen Cobblestone da springst. Dürfst du fürs Erste nichts passieren. Denk nach, McFly. Wir kommen doch überhaupt nicht nirgendwo mehr durch, wenn wir einfach wahllos rumbasteln. Mein Gott, Colin, einer Reihe. Alles gerade. So, hier war noch der ganze Stein, den könnte ich auch mal wieder mitnehmen. Oh ja, stimmt. Wir haben ja noch Stein gebraten. Ich nehme den ganzen Stein mal mit. Goddammit, ey. Jetzt falle ich hier runter, der komisch gebaut hat. Außerdem müsste ich doch eigentlich normalerweise schneller warnen. So, ich hab doch immerhin eine Diamantspitzhacke. Die Technik, die Technik. So, ich springe mal eben den ganzen Stuff mit. Wozu haben wir eigentlich die ganzen Öffende aufgebaut? Das wurde irgendwie auch nix mit der Schmiede. Wieso? Schmiede ist ja schön und gut, aber wir haben halt wenig Eisen gefunden. Oh Gott. Können wir da irgendwie so ein bisschen wenig von neuem. Außer Stein. Das haben wir erst gelohnt. Ja, ich bin ja dran. Ich bin ja dran. Fang mal nicht an, hier rumzuheulen. Wenn wir einen vernünftigen Dungeon finden, hat sich das sowieso erledigt. Dann wird ja einmal ausgegraben. Ist überhaupt mal eine Idee. Wir könnten im Prinzip den kompletten Berg abtragen. Ach du Scheiße. Jetzt hast du aber ein bisschen hochgesteckt, das Ziel. Wieso? So viel mehr als bis zum Endstein bauen ist es auch nicht. Haben wir so einen riesen Krater in die Welt jagen, oder was? Ja. Alles, was über uns ist, ist auch abbar. Ach ja, genau. So, bäm, weg damit. Ja. Bei dem ersten Testdurchlauf des Atomkraftwerks, übrigens dazu folgt bald auch noch ein Let's Play. Bild. Also ein Let's Build. Bei dem ersten Testdurchlauf des Atomkraftwerks ist übrigens mal eben so ein... Ja, ich glaube, wir haben uns das mal umgerechnet, wo? Waren ungefähr 8 Kilometer Durchmesser Krater entstanden. Gefühlt zumindest. Gefühlt, ja. Also die Stadt war weg. Gefühlt, auf einmal so. Komplettlich so. Bitte? Die fehlt auch einmal so. Ja, so. Lupp, oh weg. Naja. Also Memo, nicht irgendwie komische Komponenten betauschen. Kommt nicht gut. Kommt nicht gut. So. Äh, ich verschieß nur mal eben das Ei in den Käfig. Vielleicht kommt dabei was raus. Ansonsten... Oh, ich hab zwei Eier jetzt. Was, du schießt Eier in den Käfig? Ja, wenn man die verschießt, wird da vielleicht hin und wieder mal ein Küken rauskommen. Na geil, wir haben auch wieder schon 15, na, 16 Minuten voll. Was? Ja, der Wahnsinn, boah. Ja, und damit sage ich dann, bis in den nächsten Part. Mal gucken, ob wir im nächsten Part auch den Autopäne ertragen. Falls die Baumfarm nicht mal irgendwie ertragen bringt. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.